Haltet euer Maul. Das ist doch ein Video nach genau meinem richtigen Geschmack. Es ist 8 Minuten, es ist von Maxim. Es kann sich in diesem Zusammenhang nur um eine brutale Ansage halten. Willkommen zu dem Video, wo wir dumme Menschen beleidigen und die hoffen... Das ist genau mein Jam, Digga. Die heutige Folge beschäftigt sich mit Gatekeeping, Overlevel sein und dem Easy Mode. Wir haben jetzt zur letzten Woche online auch sehr, sehr viel diskutiert. Dieses Thema schneiden wir nur ganz kurz humorvoll an. Denn ich persönlich habe ein absolut wundervolles Leben. Denn ich habe bereits 100 Stunden in Elden Ring reingesteckt und es ist das beste Game der Welt. Ich habe nicht eine Minute gespielt und ich bin glücklich. Das einzige Problem, was ich habe, dass ich im Stream die Leute nicht anpinnen kann, um die Dummheit von denen zu zeigen und die so ein bisschen zurechtzubeißen. Deswegen hole ich das Ganze hier auf YouTube nach. Dann geht das nämlich wunderbar. Das bedeutet, einer der häufigsten Kommentare während des Streams waren, du bist overlevelt, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und wenn du das machst, dann ist das Game Easy Mode. Und Leute, also bei solchen dummen Aussagen, da geht mir das Herz auf. Und die Grundidee soll natürlich auch nicht sein, dass wir die komplett zu Tode beleidigen, sondern meine Hoffnung ist, dass sie durch Selbstreflexion, vielleicht sogar das Lernen von Empathie, nicht dumm sterben. Ja, ich habe das oft genug versucht, Maxim. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kann sagen, Jahre versucht. Bin vorher gottlos auf Mutter gegangen, habe dann versucht, mit den Leuten zu reden. Das ist absolut zwecklos und bin jetzt wieder am gottlos auf Mutter gehen. Spielt keine Rolle. Man überzeugt niemanden im Internet davon, dass sie in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise ein bisschen weird sind, weil die mit der Attitüde in das Internet gehen, andere davon zu überzeugen, dass sie der Feind sind oder irgendeine Scheiße. Das ist einfach egal. Die sind nicht hier, um belernt zu werden. Die sind hier, um dumm weiterzuleben. Legen wir also damit los, dass natürlich so etwas wie Backseat Game oder hier natürlich als LOL Channel es sehr natürlich ist, dass man zurechtgewiesen wird, wie man gefälligst ein Spiel zu spielen hat. In Elden Ring, wie gesagt, passiert das sehr, sehr häufig. Mit dem Overlevel-Problem kann natürlich ein Lois-Spieler nicht viel anfangen, aber generell sind Soulsborne-Games so designt, dass ihr Gegner tötet, ihr bekommt Seelen, könnt ihr ausgeben und in Level investieren. Durch diese Level haltet ihr mehr aus, macht mehr Schaden und könnt krassere Sachen tragen. Und einige Leute im Stream, in Videos und so weiter sind so dumm, dass sie natürlich Overleveling als Grundproblem sehen. Der erste Punkt dabei ist, Elden Ring ist ein fucking open world, du Affe. Das heißt, natürlich gibt es Situationen, wo ich in eine Richtung steuere und dann vielleicht in ein Early-Game-Gebiet gehe und dort jeden One-Shotte. Das passiert und ist relativ normal. Dieses Overleveling meint man aber gar nicht, auch wenn, wie gesagt, open world da ein bisschen knifflig ist. Sondern es wird dem Zuschauer vielleicht aufstoßen, dass man ganz einfach gut spielt und die Gegner schnell tötet. Und ich kann dir sagen, in Soulsborne-Games ist Inten etwas ziemlich Beschissenes. Das heißt, wenn du Gegner tötest und nicht stirbst oder, falls du sterben solltest, aus deinem Fehler gelernt hast. Warum hat der ein Boot, Digga? Und die Seelen wieder einsammelst, dann verlierst du deine Seelen nicht und hast ein hohes Level, du Vollidiot. Das heißt, wenn du weniger intest, dann hast du auch gute Stats. Das ist normal. Deswegen kann ich tatsächlich jeden No-Deference empfehlen. Wenn ihr No-Deference macht, werdet ihr feststellen, holy shit, mein Level ist ja fucking hoch. Soviel erstmal dazu. Das viel nervigere Thema ist Gatekeeping. Das werdet ihr wahrscheinlich in LoL auch schon mal gemerkt haben. Heißen Seefahrer ist? Entschuldigung. Dass Leute euch vorschreiben wollen, wie man ein Game zu spielen hat, was man zu füllen hat. Und in Elden Ring und in vielen anderen Titeln ist das ziemlich normal. Da wird einem sehr, sehr schnell mitgeteilt, äh, 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 der spielt es aber nicht richtig. Wer LoL nicht im Rank spielt, so in Normal Games in Aram, der spielt kein LoL. Die könnt ihr bitte eure Fresse halten. Diese P- Problematiken tauchen tatsächlich sehr, sehr häufig auf. Und es ist natürlich der absolute Bullshit. Und hierbei gilt es zu sagen, dass das den meisten natürlich egal ist. Ja, und auch im Stream lache ich natürlich drüber. Mich stört nur die Dummheit. Okay, diese Dummheit. Alter, das ist schon, es ist ein, hinter dem Wort Dummheit ist so eine schöne Kraft. Es ist wie so eine Art Energie, die ausgestrahlt wird. Wie ein Hadouken-Schlag in deine dumme Fresse. Weißt du, es ist so schönes, dumm. So, so, bach. Dummheit möchte ich bekämpfen. Das ist, darin sehe ich Erfüllung. Versuchen wir also die Problematik des Gatekeepings der richtigen Spielweise ein bisschen auseinander zu brechen. Und beginnen sollten wir damit, warum wir Computer spielen. Der Hauptgrund ist Entertainment. Nein, wir wollen Spaß haben. Das ist so das Hauptthema. Spaß kann natürlich unterschiedlich sein. Das heißt, einige spielen Computer, um zu entspannen, um Frust abzubauen, dem Alltag zu entkommen. Andere sehen das Ganze competitive. LOL-Spieler wollen die Herausforderung. Manche GTA-ARP-Spieler auch. Die wollen da auch competitive spielen. Sportliche Herausforderung. Und dann gibt es wiederum andere, die ganz einfach auch diesen Frust und diese Schwierigkeit genießen. Einige stehen nun mal auf fucking Dominas. Und lassen sich gerne durchbeleidigen und auspeitschen. Das ist für einige geil. Just do it. Damit habe ich nichts gegen. Was mich allerdings stört, ist, dass Leute das Gefühl haben, jemandem zu sagen, wie er ein Spiel zu genießen hat. Oder sie. Entschuldigung, wenn ich jetzt von her spreche. Ich meine alle Geschlechter. Denn der besondere Punkt ist, dass Games, wisst ihr was die machen? Die geben euch einen Werkzeugkasten mit verschiedenen Tools, um euer Ziel im Spiel zu erreichen. Und das kann völlig unterschiedlicher Natur sein. Die Vollidioten in Elden Ring sagen aber nun, du darfst keine Asche verwenden. Generell darfst du niemanden beschwören. Bitte nicht den Mimik, da wirst du auf Twitch gebannt. Außerdem ist Blutung viel zu overpowers, also lass dich lieber nicht mit Katanas sehen. Ich verstehe nichts davon, Digga. Wenn dein Level zu hoch ist, habe ich ja vorhin schon drüber geredet, auch ein Riesenproblem. Und dein Mage ab Level 80. Bruder, ich beende sofort das Game. Solche Aussagen sind einfach geistiger, völliger Abfall. Und es passiert tatsächlich sehr häufig. Hierbei sprechen dann die Vollidioten nicht selten vom Easy Mode. Das ist der Easy Mode. Und das Problem im Easy Mode sind tatsächlich die Grauzonen. Ab wann ist denn etwas easy? Wie viele Flasks darf ich denn benutzen? Darf ich rollen? Bei Rollen heißt ja, ich kann allen Spells ausweichen. Ist das schon ziemlich easy? Und bei Super Mario ist ja Yoshi auch völlig overpowered. Das ist Easy Mode, stimmt's? Oder Tränke bei Witcher. Und wer das Schwert bei Zelda benutzt, Bruder, das ist ja absolut Easy Mode. Und jetzt stell dir mal vor, du Last Hit ist Minions in LoL. Da hast du ja viel mehr Gold als alle anderen. Ist ja übelster Easy Mode. Oder Bremsen bei der Formel 1. Überbewertet. Sprinten bei Outlast. Und wer Hotkeys bei Strategiespielen verwendet, Bruder, haus. Das ist Easy Mode. Das kann ich mir nicht geben. Das gleiche gilt natürlich, wenn du in Subnautica tauchst. Oder Questen bei World of Warcraft. Na, ohne Diamantspitzhacke in Minecraft. Bruder, raus mit dir. Und wenn du jetzt noch anfängst, in Fortnite Rampen und so weiter zu bauen. Rampen baut man jetzt übrigens nicht mehr in Fortnite. Das haben die rausgepatcht. Temporär. Real Talk. Kurzer Fortnite-Fact. Diese Liste der völligen Idiotie könnte... Easy Mode, Digga. ...unendlich lang sein, wenn man die Idee der Gate... Ich hab auch überlegt, ein bisschen Fortnite zu spielen und zu gucken, wie es jetzt ohne Bauen ist. ...keeper nimmt und anderen vorschreibt, wie sie zu... Ist kein Witz. Es ist zum fucking Kotzen. Und ich versuche natürlich, mich in Vollidioten hineinzuversetzen. Und dann könnte natürlich deren Hauptaussage sein, dass du die Idee des Spiels nicht verstehst. Denn bei Soulsborne Games soll ja die Idee... Für Fortnite, Digga. ...die Idee sein, anscheinend, dass es möglichst schwer ist und du leiden sollst. Na, es muss dich kaputt machen. Und hier muss ich sagen, halt dein verschissenes Maul. Du... Während ich über diesen... Während ich über diesen wundervollen Witz lache, lass mich mal ganz kurz Fortnite runterladen. In meinem Epic Launcher. Scheiße, wie heißt der Epic? Ah, da ist er. Epic Games Launcher. Und dann werden wir heute mal in Fortnite ein bisschen tanzen gehen, oder? Update wird heruntergeladen. Okay. Ich hab echt ne Weile diesen Launcher nicht aufgemacht. Hier muss ich natürlich dazu sagen, dass ich auch meine Momente diesbezüglich hab. Als ich gesehen habe, wie Hanno Dark Souls spielt, ne, und dann mit der Black Knight Herbert rumgerietet ist, hatte ich auch das Gefühl, hä? Das ist die beste Waffe. Damit ist es schon leichter. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hab ich mein Gehirn benutzt. Und das Gehirn hat mir gesagt, halt deine Fresse. Jeder kann so spielen, wie er will. Der wird noch oft genug sterben. Denn die Hauptaussage bei Soulsborne Games ist nicht, dass du leiden sollst. Die Hauptaussage ist, du machst Fehler und lernst daraus. Das ist die Idee. Das ist die Kern-Message, du Klappspaten. Selbstverständlich... Eieiei, er ist aber auch schon wütend, Mann. ...werden dann noch sekundäre Skills mitgegeben. Das heißt, je mehr du über das Game weißt und dieses Wissen angeeignet hast und anwenden kannst, desto besser bist du in dem Spiel. Außerdem natürlich Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen. Du wirst oft sterben. Du wirst Fehler tausendmal wiederholen. Aber du wirst daran wachsen, je häufiger du gute Situationen überstehst. Ein Sieg in Dark Souls und Elden Ring fühlt sich ja so geil an. Außerdem bedeutet das doch eigentlich nur, wenn du Dark Souls, Elden Ring und diese ganzen Demon's Souls-Scheiße in besonders schwer spielst, dass du keine Pussy kriegst. Warum sollte man das freiwillig wollen? Weil man sich diesen erarbeitet hat, weil man Patterns gelernt hat, weil man tausendmal Dinge wiederholen musste. Souls-Born-Gangs bringen dir übelst viel über das Leben bei, weil im Leben fallen die Meister auch nicht vom Himmel. Übung ist das Ziel. Und du musst Dinge lernen und beherrschen. Ich persönlich merke das bei meinen Kindern. Die spielen jetzt Dark Souls of the Switch. Und die Fäden des Todes. Aber ich sage nichts. Wenn sie nach Tipps fragen, dann mache ich das. Und sie werden auf Teufel komm raus lernen zu rollen. Und Ben parried hier Black Knights aus dem Leben. Das ist der Spirit von Souls-like-Games. Ach, die Waffe. Cool bleiben. Sehr gut machst du das, Ben. Ich bin sicher ein Schwarz, Möcker. Maxim ist einfach super dead, Alter. So, cool bleiben. Na, nochmal. Cool bleiben. Ach so, ja, der war schon tot. Sehr gut. Aber leider keine Waffe gedroppt. Na toll. Grauer Brot. Genau wie ich. Naja, das Ding ist, dass die Designer ja auch wirklich gute Hinweise in diese Richtung geben. Das heißt, in Dark Souls ist Schilden eine natürliche Sache. Aber irgendwann stellt man fest, Schilden ist nicht so effizient wie Rollen. In Bloodborne hat man sogar ein Schild als Item. Der kann nichts. Weil das Game dir sagt, lern parrying, du Idiot. Und wenn du parrying kannst, in Bloodborne bist du fucking Gott. Das ist dann quasi schon wieder Easy Mode. Wer in Bloodborne parried. Na, weil du 10 Triaden Damage am Gegner machst. Gut, fassen wir das Ganze zusammen. Wenn ihr anderen vorschreibt, wie sie ein Game zu spielen haben, haltet eure Fresse. Und versucht tatsächlich, euer Gehirn zu benutzen, zu überlegen, warum ist ein Spiel auf welche Art und Weise aufgebaut. Und was will einem das Spiel tatsächlich... Ich schreibe tatsächlich das erste Mal bei dir rein. Gute Besserung, Digga. Beibringen. Ja, und das war's basically schon. Haltet einfach euer Maul. Tschüss. Ah, wundervolles Maxim-Video. Wunderschön. Es ist voller Wut. Und gleichzeitig doch so relatable. Weil wir alle so wütend sind. Wunderschön. Vielen Dank.